Einmal keine Pflanzen, aber vielleicht doch sehenswert auf dieser Birke, sondern sie die ersten Feuerwanzen, die ich in dem Jahr sehe. Und die können ja wirklich in einer enormen Masse angehen. Schaut mal, der eine schleppt den anderen ab, der wird wahrscheinlich einen kaputten Motor haben. Da auch, ja, lauter kaputte Motoren bei diesen Feuerwanzen. Die müssen immer abgeschleppt werden.